Frau Christa Steiner-Oberhofer kommt ursprünglich aus der Wirtschaft und hat kurz vor der Pensionierung überlegt, dass sie noch etwas anderes machen möchte und hat sich entschlossen ein Schäbleinstudio zu eröffnen, da sie selbst seit Jahren schon Kundin war bei Schäblein und sich gedacht hat, das möchte ich selbst machen, so eine Wohlfühloase für andere. Und so hat sie die Ausbildung gemacht zur diplomierten Burnout-Prophylaxe-Trainerin, zur Energetikerin, hat die Fachprüfung in Kosmetik gemacht, Laserschutzbeauftragte ist sie und somit hat sie alle Auflagen erfüllt, um ihren Traum zu verwirklichen. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich Willkommen, liebe Frau Steiner-Oberhofer und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Dankeschön, sehr gern und ich bedanke mich für die Einladung zum Podcast. Ja, und das ist ja wirklich eine sehr interessante Geschichte, die Sie zu erzählen haben, weil Sie dieses Schäbleinstudio, das Sie als Wohlfühloase völlig zu Recht bezeichnen, deshalb gegründet haben, weil Sie selbst so eine begeisterte Kundin waren bei Schäblein. Ja, das ist korrekt und zwar im Studio im dritten Bezirk war ich einige Jahre Stammkundin, also wirklich zweimal in der Woche und habe das sehr genossen und die Qualität geschätzt und die Betreuung geschätzt. Das ist ja keine Kleinigkeit, so etwas zu beginnen, vor allem, weil Sie ja unglaublich viele Ausbildungen dafür gemacht haben und da sieht man erst, wie breit Schäblein eigentlich aufgestellt ist. Was mir sehr imponiert hat ja auch, dass Sie eine Diplom-Burnout-Prophylaxe-Ausbildung gemacht haben. Warum ist es denn da gegangen? Ja, das war also sehr, sehr interessant, war sehr, sehr spannend, weil es natürlich auch einige Parallelen zur Psychologie insgesamt gehabt hat und gerade für Schäblein besonders interessant war ja dieses ganzheitliche Mentaltraining, das genau damit den Nagel auf den Kopf trifft. Das heißt, ich habe dort wirklich eine Stunde Achtsamkeitstraining mit körperlicher Betätigung und da trifft diese Burnout-Geschichte oder Knapp vom Burnout oder eben sehr gestresst zu sein, da spielt das alles rein. Und darüber etwas mehr zu wissen, wie erkenne ich es, was kann ich tun, wie kann ich das unterstützen, damit sich die Kundin wohlfühlt und langsam vielleicht aus dieser Stresssituation, dieser extremen Stresssituation wieder rauskommt. Ich muss dazu sagen, wenn jemand wirklich im Burnout ist, dann muss er zum Arzt, nicht mehr zu Schäblein, also das ist keine Frage. Das ist ja der wichtige Punkt, dass man sich hier vom Gesundheitsbereich genau abgrenzt natürlich und darum ist ja auch diese Idee der Prophylaxe, nicht? Genau, richtig. Man trifft es vorher und dann kann man es vielleicht auch noch viel besser abfangen. Und dann haben Sie auch noch eine Ausbildung zur Energetikerin gemacht in der damaligen Zeit, also 2011. Ja, das war natürlich auch interessant, mit Energetik zu arbeiten. Also ich arbeite jetzt nicht wirklich als Energetikerin, das nicht, aber es ist interessant trotzdem zu wissen, vor allem auch zum Beispiel beim Eingremen, bei den Körperwickeln. Also es berührt auch etwas die Kosmetik, um zu wissen, welche Gerüche stimulieren wie, welche Öle stimulieren den Menschen wie oder welche Berührungen in welche Richtung, welche Meridiane wie wo fließen. Also von daher war es eine Bereicherung. Daran sieht man auch, wie ganzheitlich ShapeLine ja funktioniert, weil Sie noch zusätzlich gemacht haben. Und das wissen ja auch, glaube ich, wenige, dass ShapeLine ja ein Kosmetikkonzern auch ist. Und Sie haben auch eine Kosmetikerin-Ausbildung gemacht. Ja, natürlich, natürlich. Also reduziert auf Körperbehandlung, also auch natürlich den Gewerbeschein dafür, die Prüfung gemacht. Das ist kein Thema. Also eben Kosmetik für Körperbehandlungen plus der Laserbehandlung. Also auch da war dann eine eigene Ausbildung. Es war also, Laserschutzbeauftragte musste man sein, um das anwenden zu dürfen. Sie sind in dem ganzen Betrieb sozusagen eine Quereinsteigerin. Und wo kommen Sie eigentlich her? Also ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft mit Abschluss, also klassische Handelsakademie. Dann in die Wirtschaft gegangen, zuerst in den Bereich Werbung. Dann Familie gegründet. Dann mein großer Jugendtraum war eigentlich ein Psychologiestudium. Das habe ich probiert, aber nach vier Semester dann WO gegeben, weil das mit Job und Familie nicht mehr vereinbar war. Und bin dann voll eingestiegen in die Wirtschaft. Zuerst bei der Firma Nestle, in dem Bereich Verkauf und Marketing. Und dann gewechselt nach 13 Jahren Nestle in einen Familienbetrieb in Niederösterreich. Technologiebetrieb. Kunden waren unsere Banken. War sehr, sehr interessant. Also mit Bargeldlogistik. Also sehr komplexe technische Themen. Und war dort zuständig eben für die ganze interne Organisation, fürs Marketing und die letzten Jahre auch fürs Controlling. Dadurch sind Sie natürlich perfekt eigentlich auch da aufgestellt, was den ganzen wirtschaftlichen Aspekt Ihres Betriebs betrifft, weil Sie ja das alles im kleinen Finger haben sozusagen. Ja, das ist richtig. Aber obwohl das ja ein Aspekt ist, warum ich nicht länger über das Pensionsalter hinaus dann in meinem Bereich gearbeitet habe, war, weil ich eigentlich genau davon wegkommen wollte. Ich habe es immer gern gemacht, aber die Zahlen sind nicht mehr große Leidenschaft. Ungefähr weiß ich natürlich schon, wie eine Firma zu führen ist und worauf ich auch kein Thema. Habe ich gemeint. Ja, ja. Weil das ist ja schon wichtig, weil das ja eine Riesensache ist. Bei ShapeLine ist es ja so, dass da ja wirklich unglaubliche Geräte zur Verfügung stehen, die natürlich auch entsprechend kosten. Da muss man investieren, da muss man nachdenken. Und was geht sich wie aus. Ja, und wenn man jetzt ins ShapeLine-Studio kommt, da gibt es ja so ein Sechs-Punkte-Programm sozusagen, was man hier ableistet, um den Körper zu pflegen. Und unglaublich viel passiert eigentlich mit dem Körper, was man gar nicht bedenkt, wenn man das von außen einmal betrachtet. Ja, genau. Also ganz wichtig ist natürlich, die Kundin zu beraten, dann zu wissen, was sind die Ziele, also auch Ziele setzen, worum geht es. Geht es um Entspannung, geht es um Körperstraffung, geht es um Muskelaufbau. Diese Dinge sind eben ganz wichtig. Und dann bieten wir ganz gezielt an, was gut wäre oder was wir empfehlen der Kundin. Die Kundin kann selbstverständlich sich auch selbst aussuchen, was sie gerne machen möchte oder eventuell probieren möchte. Das Wichtigste eigentlich an unserem Konzept im Studio 1130 ist die Kundenbindung, das heißt die Kundin zufriedenzustellen, sowohl mit einem erfolgreichen Ergebnis für sie. Das ist also das ganz, ganz Wichtige. Das ist so, dass man hier Dinge macht, also zum Beispiel die Wickel, die sehr wichtig sind für die Entgiftung. Und das ist ja ein Problem, das heutzutage auch sehr verbreitet ist. Ja, das sind also diese Detox-Geschichten. Ich möchte schon hinzusagen, dass jetzt rein medizinisch ja keine Schlackenabfälle im Körper nachweisbar sind oder gibt, weil das System das ja bereinigt. Und wenn das einmal wäre, dann wäre eigentlich Alarm für den Körper. Das wissen wir natürlich auch. Aber was wir tun können, ist der Lymphe, dem ganzen Lymphsystem, diesen Abtransport zu erleichtern, zu forcieren, zu erleichtern, die Lymphe zum Fließen zu bringen. Daran muss man es aufhängen, dass und damit eben auch eine gewisse Entgiftung des Körpers stattfindet. Was ja auch fantastisch und sehr verlockend ist, dass ja es so ist, dass die Muskeln angespannt und entspannt werden, aber ohne, dass man sich dabei anstrengen muss im herkömmlichen Sinn, sondern das macht die Maschine sozusagen. Ja, also das große Feature bei diesen Betten ist natürlich, dass ich als Kundin selber bestimme, wie intensiv ich mitmache. Es wird auch sehr oft unterschätzt. Das heißt, ich kann es nur geschehen lassen und trotzdem passiert ein Muskelaufbau im Körper. Ich kann intensiv mitmachen. Es sind ja sowohl Anspannungs- und Entspannungsübungen, also isometrische Übungen, wie auch Widerstandsübungen. Vom Ergebnis her kann man es vergleichen mit Yoga im Liegen, wenn man so möchte. Es werden die gleichen Chakren angesprochen. Es wird auch begleitet mit der tiefen Bauchatmung, die ja, wie wir wissen, Atmung ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, auf die wir viel zu wenig achten. Und man kann es vergleichen mit Unterwassergymnastik vom Ergebnis her und auch mit Pilates. Das heißt, die Bewegungen sind sanft. Es kommt zu keiner Überlastung der Gelenke. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und ich selbst bestimme die Intensität. Das heißt, wenn ich es wirklich intensiv mache, habe ich sehr wohl einen Muskelkater. Also gar keine Frage. Aber ich muss es nicht so machen. Also ich kann es auch nur geschehen lassen, wenn ich halt schon im fortgeschrittenen Alter oder als Schmerzpatient, dann muss man darauf schauen, dass also ja, nichts überlastet wird oder eben nicht angespannt wird, sondern dass sich die Maschine arbeiten lässt. Das ist sehr unterschiedlich. Und das Ergebnis ist ganz einfach, das hat gar nichts mit Abnehmen zu tun, ist eine Figurformung. Warum? Weil die Muskulatur bei allen diesen Übungen gestretcht wird. Also es sind jetzt nicht Kraftübungen in dem Sinne, sondern da geht es wirklich um diesen Widerstand und um diese in die Länge ziehen des Muskels, daher kommt es zu einer Formung. Ursprünglich stammen diese Geräte ja aus der Physiotherapie und wurden vor circa 30 Jahren von der Schäbleingründerin von Amerika nach Österreich transportiert und weiterentwickelt. Und es ist auch so, dass der Stoffwechsel auch angeregt wird und dadurch dann doch auch ein bisschen ein Abnehmeffekt auch eintritt. Ja, weil sie je nachdem, je nach Intensität, also in der Stunde circa zwischen 300 und 400 Kalorien verbrauchen. Und der Stoffwechsel schon alleine, wenn sie die tiefe Atmung wirklich gut ausführen, das alleine treibt ja den Stoffwechsel. Also vermehrte Sauerstoffzufuhr treibt den Stoffwechsel in die Höhe. Das wird also viel unterschätzt. Jetzt ist logischerweise so, das obliegt natürlich jeder Kundin, wenn ich jetzt nicht diese 300 Kalorien mehr dazu esse, dann werde ich natürlich auch etwas abnehmen an Gewicht. Da gibt es aber jetzt rein vom Turnen her dann irgendwo eine Grenze. Also es gibt kein Gewicht abnehmen über zwei, drei Kilo hinaus, ohne dass ich nicht auch an der Ernährung drehe. Das muss man also wirklich sagen. Also entweder Ernährung umstellt. Das ist ja das, was wir den Kundinnen immer ganz offen sagen. Körperformung, jederzeit zwei, drei Kilo, überhaupt kein Problem. Das können wir also alles forcieren mit unseren Behandlungen. Aber wenn es um mehr Gewicht geht, dann geht es nur, indem ich meine Ernährung hinterfrage und eventuell da oder dort verändere. Nicht Kathät jetzt halten, aber verändere. Und es ist so, dass Sie ja auch einen sehr intensiven, persönlichen Kontakt eigentlich mit Ihren Kundinnen haben und auch sehr vertrauensvoll mit ihnen Gespräche führen. Nehme ich einmal an. Ja, das ist richtig. Wir verdanken unseren Stammkundinnen wirklich sehr, sehr viel die ganzen Jahre. Wir haben vor zwei Jahren, trotz Pandemie, haben wir so kleine Torten gebacken für die Kundinnen, die dann schon 20 Jahre ins Studio kommen. Also da kann man wirklich nur tausendmal Danke sagen, dass es das überhaupt gibt und dass uns diese Treue halten. Und was natürlich auch mitspielt, ist, dass wir nur seit vielen, vielen Jahren in einer Crew arbeiten. Das heißt, die Kundinnen kennen uns seit vielen, vielen Jahren, so wie wir sind. Also wir haben keine Personalfluktation. Das ist in dem Bereich, der ja trotzdem auch sehr intim ist, die Kundin zieht sich aus, ganz ein wesentlicher Bestandteil. Dass die wirklich, die weiß genau, wenn sie ihren Termin macht, wer da ist und sie behandelt. Das ist fantastisch. Und es ist auch so, dass die Atmungsübungen, nämlich Anne, auch von Ihnen gemacht werden, mit den Kunden, weil jeder kann an dieser tiefen Atmung nicht so mit einer Selbstverständlichkeit. Ja, das Besondere an denen, also es wird natürlich von uns erklärt, das ist kein Thema, und auch immer wieder begleitet und geschaut, ob sie richtig liegt, ob Position stimmt, ob man irgendwo gerade rücken muss, ob man irgendwelche Schonhaltungen braucht, das wird selbstverständlich alles abgeklärt. Aber das Geniale an diesen Stationen ist ja eigentlich der Dr. Arndt Stein, Psychologe, der ja unzählige CDs hat und auch in vielen Spas und bis zu OPs ja gespielt wird und auch eigene Programme entwickelt. Und der hat das patentiert, der hat unsere Stationen besprochen, also die Schäbleinstationen, gibt die Anleitung, hat die Musik selbst dazu komponiert, also es ist Herzrhythmus, und hat diese sogenannten Binaralen Beats in den Bässen verarbeitet. Und diese haben den großen Vorteil, dass die Gehirnströme, ohne dass sie ein unangenehmes Geräusch machen, was die ursprünglich immer getan haben, weil die asymmetrisch laufen, die Gehirnströme in diesen sogenannten Alpha-Zustand kommen, diese Alpha-Wellen, das heißt in einen entspannten Zustand, also so, als würde ich eine leichte Meditation ausüben. Er holt sie bei der ersten Station ab und führt sie dann wirklich in einen sehr, sehr guten Entspannungszustand, rein nur über die Gehirnströme. Und diese geistige Entspannung ist auch sehr gut für den Körper natürlich, weil hier werden ja sogar Haltungsschäden erleichtert zumindest und Verspannungen auch erleichtert wiederum und das alles durch Schäblein. Ja, genau. Für Verspannungen beginnt schon allein bei den isometrischen Übungen, die ja sehr, sehr gut für die Verspannungen sind, dieses auch immer wieder loslassen, was man ja bei den isometrischen Übungen immer unterschätzt ist, dass man glaubt, ich lasse lieber länger angespannt. Nein, dieses Loslassen ist genauso wichtig für den Muskel wie das Anspannen. Also das muss immer nacheinander erfolgen. Und natürlich, so wie bei allen, spielt sich halt ganz einfach sehr, sehr viel natürlich mental und in unserem Gehirn ab. Und Verspannungen kommen fast immer eben durch Anspannung kommt halt dann auch eine Verspannung, dann durch das viele PC-Arbeiten, das vermehrte Sitzen, jetzt ganz besonders auch durch das vermehrte Homeoffice, wo wir uns noch weniger bewegt haben wie vorher. Sie können auch sehr günstig die Dinge anbieten, weil es ja allein in Wien elf Schäbleit-Studios gibt und die arbeiten in gewisser Weise ja doch zusammen, weil sie gemeinsam einkaufen und hier dann auch günstige Pakete angeboten werden, die man pro Monat bezahlt, wo man dann eine ganze Menge kriegt um relativ wenig Geld eigentlich. Genau, das ist richtig. Das ist also das Konzept von Schäblein, dass eben auf der einen Seite, es gibt keinerlei Verträge, sondern die Kundin kauft immer ein Paket. Das kann nur die Gymnastik sein, das können auch nur Körperbehandlungen sein und dazu gibt es eben eine sogenannte monatliche Aktion, die immer kombiniert ist mit dem Training, Körperbehandlung plus Training, wo die Kundin halt dann nicht aussuchen kann, ich möchte aber die Körperbehandlung oder die Körperbehandlung, aber jede Körperbehandlung tut im Endeffekt auch sehr gut und damit sehr gut einsteigen kann oder Kundinnen, die ganz einfach auch immer das Monatsprogramm automatisch nehmen, weil sie wissen, okay, habe ich jeden Monat immer ein bisschen was anderes und in der Summe aber doch den ganzen Körper behandelt. Und das ist richtig, wir sind im Verbund, also wir sind ja insgesamt 25 Studios in ganz Österreich, eins in Deutschland und in der Schweiz gibt es auch eines und soll auch noch ausgeweitet werden. Und wir kaufen gemeinsam ein, also wir sind sogenannte Depotpartner, wir haben also mit unserer Zentrale einen Vertrag, wo wir vereinbart haben, also dass wir ausschließlich natürlich von dort abnehmen, die Produkte, und eine gewisse Summe im Monat abnehmen, die aber realistisch zu bewerkstelligen ist, also da gibt es eigentlich keinerlei Probleme. Und durch diesen gemeinsamen Einkauf, das heißt, die Zentrale kauft im Großen ein, das ist alles österreichischer Herkunft, in dem Fall also aus Wien, die Kosmetik, und verkauft dann an die einzelnen Studios weiter. Dazu verpflichten wir uns. Wir machen gemeinsame Werbung, wir haben eine gemeinsame Homepage und wir haben eine gemeinsame Software und eine gemeinsame EDV-Betreuungsfirma. Und das heißt, dadurch, dass wir uns das dann teilen, durch 20, 25, minimiert das absolut die Kosten, das ja alleine gar nicht möglich wäre. Und das ist ja auch absolut genial, weil Sie ja sogar den Menschen anbieten können, dass der erste Durchlauf sozusagen gratis ist, dass Sie es mal ausprobieren können. Ja, genau. Wir nennen das Probetraining. Ist was sehr, sehr Wichtiges, weil man muss es einmal probieren, um zu wissen, ist das was für mich? Also es ist ja nicht so, dass jetzt jeder sagt, okay, das ist mein absolutes Lieblingskonzept oder Lieblingstraining. Also das ist so wie bei allen. Entweder es gefällt mir und ich spüre sofort, also das geht relativ rasch, ich spüre entweder sofort, ja, genau das möchte ich, oder ich weiß, nein, ich bin jemand, der muss viel mehr sich ausbauen, der muss in die Natur raus oder der muss an Geräte, wo er Kraft braucht. Das ist alles kein Problem. Die kommen sehr, sehr viele von diesen, Kundinnen kommen dann zu uns nur zu den Körperbehandlungen. Also es ist ja nicht zwingend, beides zu machen. Wir haben Kundinnen, die kommen nur zur Mentalgymnastik, wir haben Kundinnen, die kommen nur zur Körperbehandlung und wir haben Kundinnen, die beides machen, das kombinieren. Ich muss auch abschließend noch sagen, dass Sie selbst die beste Werbung sind für Ihr Studio, weil Sie ja wirklich blendet ausschauen und niemand annehmen würde, dass Sie schon im Pensionshalter sind. Das ist ja unfassbar. Ja, um Sie es noch persönlich besser kennen zu lernen, ein paar Fragen aus unserem Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik? Meine Lieblingsmusik ist an und für sich was Blusiges, was Jazziges, was Funkiges, so in diese Richtung. Und gibt es einen bevorzugten Film oder einen Genre, das Sie gerne haben aus dem Film? Ja, ich sehe sehr, sehr gerne diese nordischen Kriminalfilme. Und ein bevorzugtes Buch oder kommen Sie gar nicht zum Lesen bei der Filmarbeit? Ja, also ich habe ein Lieblingsbuch, eines der wenigen, das ich schon mehrmals gelesen habe und das ist die Blendung von Elias Karnetti. Und dann eine Lieblingsspeise? Oh, eine Lieblingsspeise. Wenn ich es so spontan jetzt sage, darf ich es natürlich relativ vieles gern, aber wenn man es so aussuchen könnte, werden es Krautflecken. Das ist eigentlich etwas extrem Gesundes, kann man sagen. Nicht fleischlos und Kraut? Ja, also ich esse, ich bin eine Allesesserin, ich esse gemischt, aber relativ wenig Fleisch, ja. Ein bevorzugtes Lokal haben Sie dann? Nein, das habe ich nicht wirklich. Also ich gehe sehr gerne italienisch essen, habe sehr gerne auch asiatisch und mag auch die Wiener Hausmannskost. Also Sie sind breit aufgesteckt. Sehr ehrlich. Trotzdem schauen Sie blendend aus. Nicht, dass man wirklich fragen, man kann alles essen und kann trotzdem noch was essen. Ein bevorzugter Urlaubsort? Spanien. Und wenn Sie den Satz ergänzen, ich bin, was würden Sie das ergänzen? Ich bin neugierig und wann immer es geht, optimistisch. Das ist auch der Grund, dass Sie als Quereinsteigerin sich getraut haben. Das schaue ich mir mal an. Okay. Haben Sie ein Lebensmotto? Ja, Lebensmotto habe ich schon. Das ist eigentlich dieses, das, was ich tue, möchte ich gern tun. Also so nach dem Motto, Liebe, was du tust. Also nur dann bist du gut. Das hat Sie eigentlich durch mein ganzes Leben durchgezogen. Haben Sie bei der Arbeit dann auch verwirklicht, weil Sie dann umgesagert sind. Genau, genau. Und zwar auch in diesen beiden wirklich sehr unterschiedlichen Bereichen. Können Sie für viele Leute ein Vorbild sein. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Ich sage Dankeschön. Danke.